So, letzter Streifen. So, Düngerstreuer aus, wir haben noch 38% an Bord. Gut, wir schauen kurz ein Ei essen, gut, als nächstes, schauen wir mal, ob wir kultiviert gedüngt, ja, nein, Quatsch, Weizen, was, ich kann keinen Arbeiter finden, der auf dem Feld Ah, die wollen mich fertig machen, die wollen mich fertig machen, das war da die Ballenpresse, oder, Saatmaschine, Saatmaschine, Häuphal, Gülle, Verteiler, Sälemaschine, okay, scheiß, Dreck aber auch, gut, ähm, das haben wir machen lassen, das, da müssen wir hin, harvest, äh, nein, und dann, mal klicken, hier hin, dann machen wir hier noch Dünger drauf, und dann mit der Saatmaschine losdackeln, äh, beziehungsweise Saatmaschine holen, Ah, Mann, okay, diese beschissenen Felder sind einfach zu groß, oder zumindest dieses hier, Ah, das ist jetzt echt mal eine riesen Enttäuschung, 96% Benzin ist optimal, 96 Kilo Dünger, ah ja, Da kann man nichts machen, scheiße, Ah, gut, da haben wir halt jetzt ein anderes Feld in der Mache, mache hier, mache da, so, So, Pau, 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 Das ist ein guter Blickwinkel, so, so, hm, Zum Steuern ist natürlich so immer, am besten, So, Ah, keine Traktor, pass auf, denn die Welt ist so groß. Oh, wir fahren mal hier über die Wiese. Oh, kurz dachte ich, hier kommt ein Fluss. Oha. Okay. Düngern. 30% Dünger sind noch an Bord. Ja, lilala, das ist doch kein Mord. Die faulen Leute dort sind wieder nur am Angeln. 2,45 Hektar. Boah, schon ein wenig größeres Feld, zumindest für die Feldgröße, die wir bisher immer bestellt hatten, ist das schon ein großes. Was ist das hier? Äh. Ah, hier ist die Spur, Gott. Ich hab den Dung nicht mehr gesehen, äh, die Düngerei. Den kleinen hellen Schatten. 1 Kilo, 0 Kilo, alter. Okay. Ausmachen. 9% haben wir geschafft. Boah. Mit zwei Fuhren wird das aber auch noch echt eng. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. So. Platz da, hier kommt der Traktor. Rimm, pom 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 pom. Ich dreh wirklich langsam durch hier. Hehehe. Ah. Ja, Fluch, noch eins. Ich, ich speichere mal ganz kurz das Spiel hier ab. Äh, nicht, dass irgendwas Außergewöhnliches hier noch passiert und das Spiel mir jetzt abrauscht. Silo. So. Merker ziehen. Mit Dünger befüllen. 100% an Bord. So. Und vorwärts. Fahrzeug und Hänger werden wir jetzt nicht waschen. Und kurz auf die Uhrzeit gucken. 15. 15. 51. Okay. Ah. Ich habe mir das noch zweimal komplett, also zwei Forendünger auszubringen. bevor es Nacht wird. Bevor die Nacht auf uns hereinbricht. einbricht. So sagt man doch so schön. »Di-li-li-di-di-di-di-di.« »Li-li-la-la-la«.« ach vielleicht gucke ich auch mal hier bei dem angelverein ja doch ich stelle mal ganz kurz das fahrzeug ab aussteigen so jetzt gucken wir mal hier victoria oliver kelvin chenet das ist auch nicht meine chenet oder guten abend mein freund guten abend ist kaum 16 uhr schönes wetter nicht wahr das ist es okay ist doch nicht so super gesprächig kann ich ihnen behilflich sein im moment nicht schade sie sehen nicht so gut aus sie sehen nicht so gut aus mir geht es sehr gut danke na gut das ist alles danke ciao oh gott die kollegen von dir die gucken aber auch schon hin sind wohl eifersüchtig dass du mit mir geredet hast wie kann ich es wagen dich anzusprechen so schauen wir mal dünger 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 meine geräte werden nicht jünger da 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 hier durch die sonne sehe ich überhaupt nichts etwa schon dünger liegen könnte ach jetzt sehe ich es wieder da kleiner teil jetzt hier die kante ja da brauchen wir auch adler augen hier hier war wohl vor uns mein dünger gerade alle jetzt bei 31% Ah, naja, gut. Farmer einfach mal. Jeder Wert über 50 wäre super. Ich sehe nichts. Oh Gott. Jetzt sehe ich wieder diese beschissene Sonne. Muss ich wirklich ja, das würde auch nichts. Die Kamera auf den Kopf drehen. Rückwärts schauen und nee, da kann ich nicht lenken. Das kriege ich nicht hin. Nein, nein, nein. Nichts rückwärts probieren. Hm, lalala. Obwohl, so geht es sogar. Weiß wir nicht, wann die Kurve kommt, aber jetzt hier irgendwo müsste sie kommen, ja. Okay, 50% haben wir geschafft vom Feld. Und wir haben noch 40 an Bord. Oh, scheiße, da muss ich ja so 66% wären geil. Bis 70% wäre fantastisch. Stimmt ja. Ich habe ja schon eine komplette Ladung hier drauf verteilt. Ist ja höchstens 5 Minuten her. Oh Gott, oh Gott. Und ich sehe nichts. Jetzt da ist die Kante. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Mal kurz ausmachen. Ich. Ich. Ich sehe die Düngersch... Da ist sie. Okay. Genau, und der Fälsch... vor. Boah. Gelandet. Tempomat. Einschalten. Das sehe ich mit Licht besser. Ich probiere es mal. Jetzt sieht man es gut. Hier. Oh, doch. Ähm, man kann noch was erkennen. Ja. Ah, wunderbar. Ein Traum. 67%. Oh, das klappt. Wir schaffen es auf die 70. 4%. 4% noch an Bord. 2% noch an Bord. 1% noch an Bord. Alle. Boah. Das war jetzt aber wirklich... Glück. 72%. Dann ab ins Magazin und neuen Dünger holen. Dann geht's ab nach Polen. Oh, ein Sprinter kommt. Hilfe. Help me. 1724. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Brumm. 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 mein traktor sieht wieder aus wie scheiße dünger befüllen rückwärtsgang tanken waschen weiter weiter waschen sehr schön denn schauen wo unsere geliebte frau ist sie fegt da hier vorbei ja weizen wächst uhrzeit immer noch 17 uhr und äpfel stückchen gut dann düngern wir jetzt das feld noch zu ende morgen müssen wir uns dann um die aussaat kümmern dann haben wir fast zwei felder gleichzeitig fertig bekommen oder orange sprinter hilfe 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 alte abstand sehr gut du wirst etwas hungrig schon wieder ein ei zwei drei eier eier sind unser überleben tiralala oh gott oh gott oh gott der schlägt ja aus der kleine wicht von orangen flitzer da ein orangen flitzer und jetzt wird's wohl schwierig doch nein hier vier bal bal w Vielen Dank.